Hallo und herzlich willkommen zurück zu unseren Hühnern. Im letzten Video hatte ich euch ja gezeigt, wie ich von den Kükenhähnen größere Ringe auf die Beine gemacht habe, also die elastischen Markierungsringe, weil die anderen nämlich zu klein geworden waren. Und wir hatten auch gesehen, dass unsere Kükenhänne jetzt wieder gesund war, denn im Video davor hatte ich euch ja gesagt, dass sie da am Humpeln war und da haben wir euch gezeigt, wie wir sie wieder aufgepäppelt haben. Im heutigen Video, ja, ist sie leider wieder am Humpeln, diesmal aber am anderen Bein, also ist das Ganze jetzt praktisch vertauscht. Und uns war auch noch eine von unseren Bielefelder Hennen, die rote Buffy, krank geworden. Das hatte ich ja im letzten Video angekündigt, dass ich das auch im heutigen Video thematisieren wollte. Da das jetzt aber eine längere Geschichte geworden ist, möchte ich das gerne auf das nächste Video vertagen. Und in diesem Video neben der Kükenhänne, die das zweite Mal ja jetzt humpelt, noch thematisieren, dass wir wieder Probleme mit unseren Legenestern hatten und was wir da gemacht haben. Also die kranke rote Henne gibt es dann in einem ausführlichen Video nächste Woche. Fangen wir jetzt erstmal mit einem Problem an, was wir während der Gluckenzeit öfter mal hatten. Und zwar wieder Probleme mit unseren Nestern, Legenestern, dass sich die Hennen da, ja, ein bisschen gepiesackt haben, um da Eier reinzulegen und sich irgendwie nicht einigen konnten, wer jetzt zuerst darf und so. Und irgendwie haben sich auch immer alle um diesen Weidenkorb hier geprügelt, dass sie das als Legenest benutzen können. Dabei hatten wir ja noch drei andere. Und ja, häufig saß halt Mystique mit ihrem Küken auch noch in dem Nest. Und erst dachten wir wieder, dass sie gluckt, warum auch immer. Aber wir haben dann festgestellt, dass das Küken einfach die ganze Zeit nur bei ihr ist und sie auch nervt. Teilweise hat sie sich nämlich auch so aufgeplustert, wie sie das gemacht hat, als sie Glucke war und wir ihr da die Eier mobsen wollten. Weil sie, ja, das Küken jetzt, glaube ich, auch langsamer loswerden wollte, um da in Ruhe ein Ei legen zu können. Und der halt die ganze Zeit immer noch so um sie rumschlawenzelt ist. Und teilweise war das sogar so, dass ich das zweimal beobachten konnte, dass der schon angefangen hat, zu versuchen, sie zu treten. Also so wie die Hähne das machen, dass sie sich halt oben im Nacken an den Federn festhalten bei den Weibchen und dann auf den Rücken gehen, um die dann zu befruchten. Wo ich mir dann auch dachte, Junge, das ist deine zwar nicht leibliche Mama, aber deine Ziehmama. Jetzt hör mal auf mit dem Quatsch, so ungefähr. Vielleicht wollte sie das auch nicht, keine Ahnung. Und auf jeden Fall, ja, hat das Kükenmystik ganz schön genervt beim Eierlegen und ist selten rausgegangen. Nur mal so wie bei der Einstellung jetzt hier, weil ich halt da so nah gefilmt habe. Das hat ihm dann wohl nicht so gut gepasst. Da ist er dann weggegangen, aber wie man sieht, auch nicht sehr weit. Und die andere grüne Henne ist dann da immer herumschlawenzelt und wollte scheinbar auch ein Ei legen und wollte aber auch unbedingt in diesen Weidenkorb da jetzt reingehen. Und ja, wie gesagt, die ist da immer so herumschlawenzelt, hat da immer so beäugt und geguckt. Und natürlich hat Mystik dann gedroht, wie man sieht hier, plustert die sich auf und sagt, hier, geh weg, ich bin jetzt, also jetzt bin ich hier, du kannst hier nicht hin. Ja, und wer kam dann natürlich wieder an? Klar, das Küken. Wir haben den Hahn übrigens Babbo getauft. Also Babbo kam dann wieder an, zurück zu Mama gerannt und fletzte sich wieder mit in das Nest rein. Die Grüne ließ auf jeden Fall nicht locker und schlawinzelte da immer weiter um das Nest rum. Zwischenzeitlich kam Sohan hier auch noch an und guckte, was da so abgeht und wunderte sich wahrscheinlich, warum die sich da alle am Streiten sind. Und dann irgendwann hat die Grüne es dreisterweise einfach so gemacht, dass die von hinten, obwohl Mystik ihr gedroht hat und auch so Drohgebärden gemacht hat und auch Drohgeräusche, ist sie einfach mit ins Nest reingegangen. Babbo ist dann natürlich raus, also den hat sie damit verscheucht und hat sich dann daneben Mystik gesetzt. Und ich dachte dann, wie gesagt, erst, oh nein, Mystik ist wieder am glucken, weil es war ja auch so, als sie am glucken war, dass sie die anderen Hennen zu sich hingeholt hat, damit die ihr ins Nest Eier legen. Weil, naja, die Nester, die ja jetzt so weit da oben sind, da kann sie ja keine Eier sammeln gehen und dahin rollen. Deswegen war sie darauf angewiesen, dass die anderen Hennen ihr dann wirklich Eier da reinlegen. Und als sie das dann eben zugelassen hat, dass die Grüne mit da ins Nest kommt, dachte ich eben, sie würde jetzt wieder glucken. Dann musste ich aber leider feststellen, also was heißt leider, eigentlich waren wir froh, dass sie jetzt nicht wieder gluckte. Aber wir haben dann festgestellt, dass die Grüne anfingen, sie da zu piesacken und da oben am Hals dann auch so zu hacken. Und, naja, sie hat sie versucht halt wegzuekeln, weil sie jetzt wahrscheinlich den Platz haben wollte zum Eier legen. Und das ging dann eine ganze Zeit lang so. Und, ja, teilweise hat sie sie auch wirklich stark gepickt. Dazu muss man sagen, dass die Grüne auch die ranghöchste Henne ist. Also sie hat sozusagen in der Hackordnung das Recht, Mystik zu hacken, weil sie eben unter ihr steht. Und Mystik lässt sich das dann auch gefallen. Ja, und irgendwann, ich weiß nicht, so nach zehn Minuten oder so, als sie da die ganze Zeit geärgert wurde, sie hat zwischenzeitlich auch mal wieder aufgehört und sich einfach nur in Ruhe daneben gesetzt. Aber irgendwann, ja, wurde Mystik dann scheinbar zu blöd und dann ist sie dann halt aus dem Nest rausgegangen. Und wie man hier sieht, war das Nest auch sehr stark zugekotet. Woran das liegt, habe ich euch ja gesagt, als wir über die Schlafsituation von unseren Hühnern gesprochen haben. Das könnt ihr euch im zwölften Video nochmal angucken. Denn eine von unseren Hennen schläft ja immer in den Nest drin und kotet dann deswegen auch da rein. Und bevor sich die Grüne hier dann jetzt häuslich niederlassen konnte, um da ihr Ei zu legen, habe ich das dann schnell einmal sauber gemacht. Weil das Problem ist, wenn die halt Eier legen in so einem zugekoteten Nest, dann, ja, sind die Eier meistens auch verdreckt. Und dann kann man die natürlich nicht so schön lange im Kühlschrank lagern, sondern muss sie da möglichst gleich aufbrauchen. Und das ist auch irgendwie doof. Deswegen habe ich das hier erstmal vernünftig gesäubert, habe dann das Gipsei auch rausgenommen. Weil ich eben wollte, dass die dann sich vielleicht ein bisschen verteilen und nicht meinen, dass sie nur in diesem Nest die Eier legen dürfen. Blöderweise habe ich die Grüne dann hier jetzt durch meine Aktion auch verscheucht. Das heißt, sie ist dann erstmal wieder aus dem Nest rausgegangen. Und ja, ich konnte dann erstmal mehr oder weniger in Ruhe sauber machen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, dass das ja eigentlich nicht so weitergehen kann, dass alle Hennen da um dieses eine Nest konkurrieren. Und wir hatten es eigentlich schon versucht, dass wir denen die drei Legeboxen, also hier diese Holzboxen, schön mit weichem Moos auspolstern. Weil wir dachten, Moos ist ja so schön weich und kuschelig, dass sie das gerne mögen. Und jetzt hatten wir das ein paar Tage beobachtet und haben offensichtlich festgestellt, dass sie das nicht mögen, weil keine von den Hennen, noch nicht mal die zum Schlafen nachts, in die Nester mit dem Moos gegangen ist. Und deswegen, ja, habe ich das ganze Moos jetzt wieder rausgerupft. War sehr schade, aber okay. Ich weiß nicht, wie es bei euren Hühnern ist, ob die da irgendwelche Vorlieben haben, was da in den Legenestern drin ist. Ich habe auch schon mal so Kleintiereinstreu gesehen. Das, was wir praktisch bei unseren Küken in der Holzbox am Anfang drin hatten. Stroh hatten wir auch schon mal versucht. Oder wenn man auch so ein bisschen härteres Heu hatte, was so ein bisschen pieksiger war. Das mochten sie auch nicht so gerne. Also unsere Hühner favorisieren in ihren Legenestern wirklich weiches, kuscheliges Heu. Und sonst gehen sie da nicht rein. Deswegen waren sie jetzt wahrscheinlich nur in dem geflochtenen Korb hier vorne, weil da eben noch das Heu drin war. Daher habe ich jetzt gesagt, okay, wenn das natürlich euer Lieblings-Einstreu in euren Legenestern ist, dann sollt ihr das bekommen. Wir hatten da nämlich extra noch was von gemacht, weil wir das auch gemerkt hatten, dass sie das halt am liebsten haben. Und dann habe ich jetzt alle Legenester einmal das ganze Zeug rausgeholt und da jetzt eben neues, frisches, schönes, kuscheliges Lieblings-Heu reingetan. In der Hoffnung, dass dann diese Konkurrenz um dieses eine Nest mal aufhört und dass sie sich dann auch eben auf die drei oder vier Nester, die es dann sogar gibt, aufteilen. Und ich muss sagen, dass das auch sehr gut geklappt hat. Nachdem ich mit meiner Aktion hier fertig war, sind erstmal alle Hühner angekommen und haben sich ausführlich die neuen Nester angeschaut und sind auch gleich reingegangen. Und ja, seitdem wir das gemacht haben, sind die Eier verteilt auf die Nester. Manchmal sogar in zwei Nestern jeweils ein Ei, also von Weizencreme zum Beispiel eins und eins dann von einer Henne von uns. Und auch die Gelbe zum Schlafen schläft jetzt in einem von diesen Boxen und nicht mehr in dem geflochtenen Nest. Also hat das jetzt geklappt. Wunderbar. Kommen wir nun zum nächsten Thema dieses Videos und zwar zur Kükenhenne. Dieser Tag, also der 15.7. war der Tag, an dem ich das linke Abteil gerade wieder geöffnet hatte. Also wo ich im letzten Video gesagt hatte, so die Kükenhenne ist wieder gesund. Wir können die Quarantäne in dem linken Abteil beenden. Das heißt, wir haben die Abtrennung zwischen den beiden Hühnerstellen wieder aufgemacht. Und wie man hier sieht, sind unsere Hühner gleich rüber in das andere Abteil und die Küken eben rüber in das Abteil, wo die anderen Hühner waren. Und da war sie ja schon wieder agil und hat alles ganz normal gemacht. Und wir dachten, es wäre jetzt überstanden, was auch immer sie mit ihrem rechten Bein da ja gehabt hatte. Dann fiel uns allerdings drei Tage später, am 18.7. auf, dass sie wieder anfing zu humpeln. Beziehungsweise mein Mann sagte mir das wieder und ich bin dann halt eben wieder hingegangen und habe geguckt. Und was fällt euch hier auf? Sie humpelt jetzt eindeutig mit dem Bein, an dem der Ring ist. Und letztes Mal war es das andere Bein gewesen. Das heißt, sie hat jetzt praktisch die gleichen Symptome wie das letzte Mal, drei Tage später, aber diesmal am anderen Bein. Also kann es ja irgendwie nicht sein, dass sie sich da letztes Mal an ihrem rechten Bein verletzt hat und deswegen dann anfing zu humpeln. Sondern, ja, keine Ahnung, wir haben dann vermutet, dass es irgendwie eine, keine Ahnung, interne Muskel-, was auch immer, Gelenkkrankheit oder sowas sein muss, was sich jetzt eben erst auf das eine und dann auf das andere Bein ausgewirkt hat. Wahrscheinlich, ja, lag es auch daran, wir hatten sie jetzt wieder komplett rausgelassen und sie war ja auch draußen und überall wieder ganz normal unterwegs, dass sie sich jetzt vielleicht wieder etwas, ich sag mal, überanstrengt hat. Also, ja, wie da viel mit den anderen Hähnen auch draußen zusammen rumgelaufen ist und so und, ja, sich nicht so viel ausgeruht hat. Vielleicht auch von unseren anderen Hühnern wieder ein bisschen gescheucht wurde, weil sie ja jetzt vorher nur mal anderthalb Wochen keinen Kontakt, also direkten Kontakt hatten. Und, naja, vielleicht mussten unsere Hühner dann auch mal wieder ein bisschen den Dicken raushängen lassen und haben die dann halt verscheucht oder so. Und, ja, vielleicht musste sie dann da auch mal flüchten oder so, was halt dafür gesorgt hat, dass sie, ja, wieder schwächer auf den Beinen sozusagen wurde. Wir wussten es nicht. Auf jeden Fall, ja, haben wir das Ganze dann erstmal beobachtet und die Tür von dem linken Abteil dann mal wieder zugemacht, um halt sicherzustellen, ja, dass sie jetzt erstmal wieder da in Ruhe genesen kann, nicht von den anderen großen Hühnern gepiesackt wird, trotzdem aber mit ihren anderen Kükenhähnen wieder zusammen ist, weil sonst ruft sie da ja die ganze Zeit und rennt da wie wild hin und her und will, dass die wieder zurückkommen. Und eben auch in dem linken Abteil, dass wir sie eben besser, ja, kontrollieren können und gucken können, wie so der Verlauf ist, weil wir wollten sie jetzt noch nicht. Weitere zwei Tage später, ja, hatten sich die Hähne schon wieder mit der Quarantäne abgefunden und die Stange für sich entdeckt. Und die Henne, ja, saß hier hinten in der Ecke und hat es sich da gemütlich gemacht. Also es ist schon aufgefallen, dass sie sich wesentlich mehr ausgeruht hat und viel gelegen hat, um sich dann da auch, ja, wahrscheinlich das Bein zu schonen. Also, dass sie das von sich aus richtig gemacht hat. Hier sieht man jetzt einmal, als sie dann da stand, dass sie wieder genau das Gleiche machte wie letztes Mal auch, nämlich, dass sie den Fuß immer so lang gemacht hat. Und gar nicht, eigentlich würde sie ja unten die Zehen praktisch so ein bisschen knicken, um da drauf sich hinzustellen. Und man sieht ja, dass sie das Bein immer sehr lang macht und dann auch so, ich sag mal, in die Hocke fast geht, also, ne, dass das da hinten so runter geht, weil sie das, die Zehen vorne eben nicht vernünftig knicken kann. Also, das war dann praktisch genauso wie bei dem anderen Mal auch, dass sie das Bein dann immer so lang gestreckt hat. Aber, was man sagen muss, letztes Mal ging es ja viel schneller, dass es ihr von Tag zu Tag zu Tag schlechter ging. Und dieses Mal war das eben nicht der Fall. Und obwohl sie jetzt auch anfing, dieses Bein immer so wegzustrecken und so, ist sie trotzdem noch relativ viel auch rumgelaufen, wie man hier sieht. Zwar unsicher und langsam, aber sie konnte immerhin noch laufen, hier auch zum Trinken und zum Fressen und so. Und das war ja beim letzten Mal so, dass sie nachher überhaupt gar nicht mehr vernünftig laufen konnte und das Gleichgewicht halten konnte. Und hier sieht man ja sogar, dass sie da irgendwie noch versucht, ein bisschen zu fliegen und zu hüpfen. Also, da ging es ihr insgesamt schon noch deutlich besser, auch nach dieser Zeit, als das letzte Mal. Da ging es, wie gesagt, schneller mit ihr bergab, sozusagen. Dieses Mal kann ich es jetzt auch gleich dazu sagen, bevor nachher in den Kommentaren wieder die Frage kommt. Nein, wir waren dieses Mal nicht beim Tierarzt, letztes Mal ja auch nicht direkt beim Tierarzt, sondern hatten den Vorstand vom Geflügelzüchterverein, wo wir immer unsere Impfungen abholen, gefragt. Und der hatte eben auch gesagt, ja, wenn ein Huhn sich irgendwie verletzt hat, dass man das erstmal ruhig stellt und einsperrt, sozusagen, damit es sich halt schonen muss. Und ja, da es jetzt noch nicht so schlimm war wie letztes Mal, sondern eigentlich, ja, bis auf, dass sie halt gehumpelt hat, sie trotzdem noch relativ agil war, sahen wir es jetzt halt nicht notwendig, dass wir damit jetzt nochmal zum Tierarzt gehen und das abklären lassen. Da hatte ich ja auch in dem letzten Video schon ein paar Erfahrungen, die wir mit Tierärzten gemacht hatten. Und meine allgemeine Einschätzung, wie Tierärzte so Hühnern gegenüber eingestellt sind und eben auch das Problem, dass es kaum Fachärzte für Hühner speziell, also Tierärzte, in der näheren Umgebung gibt. Daher hatten wir jetzt gesagt, wir warten erstmal ab und beobachten das Ganze. Gefressen und getrunken hat sie auch noch ganz normal. Also ich konnte sie hier auch noch aus der Hand füttern und eben haben wir auch gesehen, dass sie getrunken hat. Das heißt also, das Humpeln hat sich jetzt nicht auf ihren allgemeinen Gesundheitszustand niedergeschlagen, also dass sie da irgendwie apathisch wurde oder so und nichts mehr gemacht hat, sondern sie war eigentlich so drauf wie immer, konnte halt nur nicht so gut laufen. Wir haben das Ganze dann weiterhin, wie gesagt, jeden Tag beobachtet und nachgeschaut und auch nochmal vier Tage später, das war jetzt das, was wir euch hier zeigen und was ich dann gefilmt habe, war es nicht schlimmer geworden. Also ich hatte eher das Gefühl, es wird schon langsam wieder besser. Sie ist weiter rumgelaufen und war agil und hat alles gemacht, war halt nur etwas unsicher auf den Beinen. Weitere zwei Tage später konnte man dann definitiv sehen, dass sie auf dem Weg der Besserung ist und dass sie ja wieder sicherer auf den Beinen ist und sicherer auftreten kann. Und deswegen waren wir jetzt auch nicht nochmal irgendwo und haben nachgefragt und uns Expertenrat eingeholt, weil wir eben gemerkt haben, okay, es wird von alleine besser und weitaus weniger schlimm als beim ersten Mal. Also ja, könnte es vielleicht irgendwie sowas gewesen sein, irgendwas Internes, mit dem sie zu kämpfen gehabt hatte, was, wie gesagt, erst bei dem einen Bein war und jetzt bei dem anderen und sich dann da irgendwie beim zweiten Mal weniger schlimm ausgewirkt hat. Also falls ihr da irgendwelche Erfahrungen oder Ideen habt, woran das liegen könnte, was das ist, keine Ahnung, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir sind dankbar für jeden Erfahrungsbericht von anderen Hühnerhaltern oder so, die sich halt damit auskennen und ähnliche Erfahrungen gemacht haben, weil ich finde teilweise, das bringt mehr, wenn man sich untereinander austauscht, als wenn man da irgendwie einen Tierarzt oder sowas fragt, der ja im besten oder schlimmsten Fall nur Hühner so nebenbei macht und gar nicht der Experte ist und ja die Hühner selber auch nicht gesehen hat, beziehungsweise der vielleicht sogar gar keine Hühner selber hält. Also wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche konstruktiven Ideen habt, was das sein könnte, schreibt mir das gerne in die Kommentare, da bin ich euch sehr dankbar für. Und am 28.07., also dann insgesamt zehn Tage, nachdem wir praktisch das Humpeln wieder festgestellt haben, das war diesmal deutlich schneller als letztes Mal, da hat es länger gedauert, haben wir die Kükenhenne als wieder gesund deklariert. Also sie ist wieder ganz normal rumgelaufen, wie man hier sieht, hat beide Beine ganz normal wieder belastet und benutzt und auch nicht mehr so komisch abgeknickt. Und ja, dann hatte ich mich halt dazu entschlossen, dass ich ihr den Ring komplett abmache, weil, naja, wenn man vier Küken hat und nur eins davon ist eine Henne, dann braucht die logischerweise keinen Ring, weil die können wir ja unterscheiden. Also ja, wollte ich jetzt nicht warten, bis sie einen größeren Ring braucht, so wie bei den Kükenhennen, sondern habe mir gedacht, okay, komm, machen wir den einfach ab. Wir können sie ja wie gesagt erkennen. Da konnte ich dann auch nochmal ihr Bein untersuchen und da wirklich nochmal genau gucken und da konnte ich jetzt, wie gesagt, nichts feststellen, dass da irgendwie eine Schwellung ist oder keine Ahnung, an irgendeiner Stelle, wo man da halt anfasst, dass sie dann wegzuckt oder so. Also schien jetzt wieder alles in Ordnung zu sein. Also haben wir jetzt das linke Abteil zum, ich weiß nicht wie vielsten Mal, kam mir jetzt gefühlt vor, zum tausendsten Mal wieder aufgemacht. Also irgendwie haben wir das in letzter Zeit ständig auf und zu und auf und zu gemacht. Ja, also wir haben es jetzt wieder geöffnet. Das heißt, sie durften jetzt wieder mit den anderen Hühnern zusammen im großen Hühnerstall sein und auch wieder rausgehen, was sie dann natürlich auch gleich ausgenutzt haben. Und wir hofften jetzt inständig, wenn jetzt beide Beine durch waren, mehr Beine gab es ja zum Glück nicht, dass das Humpeln jetzt nicht nochmal auftauchen würde. Also es hätte natürlich irgendwie sein können, dass sie jetzt dann ein paar Tage später wieder mit dem anderen Bein anfingen. Und wir haben jetzt auch wirklich gesagt, dass wir jeden Tag gucken, ob sie wieder anfängt zu humpeln, dass man sie dann schneller wieder sozusagen einsperrt. Weil wenn jetzt unsere Überlegung, dass sie irgendwie, wenn sie ihren Fuß da oder ihre Füße überanstrengt, weil sie zum Beispiel von unseren Hühnern irgendwie gejagt wird oder so oder zu viel draußen rumrennt, dass wir dann irgendwie überlegt hatten, dass man dann vielleicht sie immer zwei Tage rauslässt, einen Tag wieder einsperrt und so, dass sie dann sich halt nicht so schnell überanstrengt. Aber kann ich ja jetzt spoilern, das war zum Glück nicht nötig. Also wir haben das jetzt mehrere Tage, Wochen, könnte man fast schon sagen, jeden Tag halt nachgeguckt und festgestellt, dass sie zum Glück nicht wieder angefangen hat zu humpeln. Also ja, was auch immer es jetzt war, es war zum Glück vorbei und ich will es jetzt nicht beschreien. Klopfen wir mal auf Holz, dass das wiederkommt. Aber ja, wie gesagt, wir konnten es jetzt in der letzten Zeit nicht mehr beobachten, dass es wieder auftaucht. Also hoffen wir jetzt mal, dass es überstanden ist. Ja, für die andere rote Henne von uns ist es nicht ganz so glimpflich ausgegangen. Wie gesagt, das werden wir dann nächste Woche in dem Video thematisieren, was da war und wie da der Leidensweg, kann man schon sagen, war. Ja, ich kann vielleicht spoilern, dass es für diejenigen unter euch, die da sensiblere Gemüter haben, ein nicht so schönes Video werden wird. Aber ja, wie gesagt, mehr dazu dann nächste Woche. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und wenn dem so war, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich auch keine zukünftigen Videos mehr. Und wie gesagt, schreibt mir gerne konstruktive Kritik in die Kommentare, wenn ihr irgendeine Idee habt, was diese Kükenhenne denn jetzt hatte oder woher das kommen kann, dass die da am Humpeln war oder ob ihr da irgendwelche Erfahrungen habt. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir da andere Erfahrungen mal hören könnten und uns darüber austauschen. Dann bis hoffentlich zum nächsten Mal.